Also, jetzt kann ich nur hoffen, das wird sich niemals ausgehen. Das wird sich einfach niemals ausgehen, dass ich jetzt das Explosionsding wieder reinholzen kann. Nie im Leben. Das ist 50 Mal eine Beschränkung, Alter. Das ist ja wert. Ich werde dich jetzt einfach wegtun. Jetzt wird sich komplett umbauen, die Scheiße. Das ist unglaublich. Du bist weg. Du bleibst. Heilige Scheiße. Ja. Wahrscheinlich eine Gebäudebeschränkung. Hier ging es. Oh mein Gott, ich hab's. Super. So, jetzt muss ich nur noch die ganze Kacke hier auf die Reihe kriegen. Und ich hab sogar mittels Kaffee. Boah, was ein Scheiß. Scheiße. So, jetzt erstmal Wege. Ein normaler Weg, bitte. Danke. Was ein Dreck. So, du. Wie weit? So weit. Okay. Du, du. Dann du, da. Du, da, ey. Bams. Okay. Und da noch. Super. Da ist gut. Ist wieder da hinten komplett. Kann ich. Aber. Scheiße. Ich kack mich an. Komm schon. Komm schon. Du gehst. Du musst jetzt gehen. Du musst jetzt klappt. Ist mir egal. Pass. Older Schwede. So, yay. Nur Strom und es passt. Großes Umstandwerk. Ist mir scheißegal. Oder? Ey. Brauche ich ein großes? Ja, brauche ich. Ja, brauche ich auf jeden Fall. Ja, easy in order. Boah, ich kann sie nicht mehr sehen. Alter. Baut dich irgendwo hin jetzt. Sonst flippe ich aus. Baut dich wo hin? Hey. Bist du deppert. Ich hoffe, das geht jetzt nicht mit dem Ding auch. Klar. Ich hoffe sehr. Oh ja, die Scheiße. So, komm, bau. Okay. Fehlt noch immer Strom. War ich hier noch? War das? Äh, 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 äh. Bist du deppert. Was fehlt mir noch oder eher wo? Ach so, die Verbindung fehlt mir noch. Okay. Alter. Das nenne ich eine Geburt. So, ich muss bei euch noch was. Du brauchst noch Strom. Weil du wieso kein Strom hast. Das war kein Umspringweg. Okay. So. Jetzt aber bitte. Bam, verbinden. Und jetzt bau dich. Und dann war's das. Boah, alter. Bist du deppert. Wie viel Strom haben wir jetzt bitte? Ich kann keinen Strom mehr machen. Es geht nicht. 100 haben wir jetzt. Passt. Super. Leck. Bist du deppert. Ich weiß auch super. Alter. Wot, 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 wot. Dominus 6 mit Kampfverrufen halt hast du nicht gesehen. Scheiße. Ah, ne, komm. Oh, Leute. Was tut die mit mir? Was tut die mit mir, ihr Wichser, ihr Verschießnen. Hier. Hier. Das ist das Vorrang. Das sind die Freischweißer. hier weiß nicht wer wissenschaft wahrscheinlich wieder wichtig tut es keine wissenschaft ich mache doch eh gleich bei dir was gleich mal irgendwann ja schon okay könnt ihr mal bitte mach zu na ja alles gut alles gut ich habe mir das angesehen sollten sie auch tun raffer die habe ich jetzt genug du die habe ich erst gemacht macht die scheiße zu okay der ist tot was ist denn die scheiße ach der ist zur strecke gebracht von t-rex also ja wo ist er hier okay passt alles gut mann 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 ne alle schließen so rum jetzt das es passt sehr gut so warte mal der ist tot aber okay bam 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 nix in der sauber drohung oder das passt okay so wie ich jetzt aus wenn ich hier in die domino's rex mit kampf verrufen hat kampf verrufen hat was weiß ich dominus wissen der port den kampf verrufen oder warum wir das haben soll kampf verrufen versteht das überhaupt angriff kampf verrufen heißt jetzt weiß ich was die meinen angriff ich habe keinen plan wie die was die meinen an den angriff einfach selber dass der angriff einfach ewigst hoch ist bei ihm oder was meinen die die scheiß auf die mission weil ich kein plan am erster weil ich keinen plan was was das wird wird die typ meint und zweiter weil ich bei denen nicht mehr brauche scheiß drauf aber dafür gibt mir hier noch eine mission eine gute ist ich würde mich selbst an diesen auftrag ist es doch eh ich war schon habe ich aber nicht sie hingegen wow zwei prozent dein ernst wow wow wo fehlt wird eine sichtbarkeit oder scheuß bitte stürm schutz dahinten na super ja da würde es halt hier ja hier ist gut ja ja hier 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 hat sache heilige scheiße hier ist es so eng ich werde wahnsinn mit der scheiß insel wieder tot alles geht es aber los auch tot von ihm auf einmal kinder die alle weiste vorher nicht er läuft läuft bei dir kollege das jetzt kampf sicher dass uns irgendwas das war herausragende arbeit sie haben ein dank dann hör auf mit dass du dir über die idee die sorge der drei mensch getötet anzahl an behandlungen verkaufswert 28 stunden der scheiß mit der kampf siegen ja okay 11 milliard aber haben wir schon das ist so nicht schlecht das ist schon ein bisschen kampf und der typ will oder hier ist ja dann werde ich auf jeden fall wenn ich das mache dann kommt der eine t-rex hier raus der verkauft dann sofort ich brauche keine zwei t-rex gar keinen fall habe ich mit ria sand truss aus ob schon nächste frage dessen wie man eine schau abzieht jaja meh 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 aber ja nicht mal 2 1 1 1 dann werde ich den jetzt erforschen die anderen sind ja auch auf 100 tierichs ist auf 100 und cerato ist weil sie weiter auf 100 ok dann werde ich dennoch weiter erforschen bevor ich die mission mache metria hast du nicht gesehen metria 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 mit rein und auf das zeichen von den fleischfressern schauen wenn ich ihn dann finde karro irgendwas ketra irgendwas alter vater wenn der scheiß metri da da noch einer hier irgendwo iguano ich will noch einen metri gib mir noch einen metri 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 cerato sind alle fertig t-rex bla juckt kein juckt kein ne super ja gut dann werde ich dann aber das los schicken und zwar einer was schon ein bisschen weiter ist der posto was weiß ich die idee noch weiter weg als oxford clay aha ok eigentlich könnte ich ja die schon mal anfangen warte mal das heißt t-rex modifikation herde der zähne aha aha ok ich glaube ich muss den zaun auch noch verschärfen damit ich glaube das wird sonst nix ok also t-rex modifikation herde der zähne machen wir das mal t-rex genom kriegst du gar nix außer herde der zähne null gute blut zähigkeit der haut aggressives starke viren knochen nö herde der zähne 4.0 das ist egal oder einfach das ding was nein oder scheiße f*** you f*** you f*** you f*** you f*** you wieso überhaupt oder überhaupt hä war irgendwann nicht war irgendwann noch ein Tor offen oder wieso ist er durch hä wie kam der durch soll ich das verstehen warte mal wie sieht es denn mit euch aus seid ihr alle ok eigentlich schon war hier das scheiß Tor noch offen ist das eine Botage vorhin oder was habe ich verpasst komisch 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 aber ok alles in Kontrolle so passt also so wie sanitäre Hallo, ich habe mich gefragt, ob Sie an einem neuen Auftrag interessiert wären. Nehm ich. Ich habe nicht mehr genau durchgelesen, aber ich nehme es einmal. Sehr gut. Du musst weiter. Du musst... Ja, du kommst auch. Du bist fertig. Du nochmal weiter. Jawoll. Okay. So, warte mal. T-Rex Modifikation Heater 10. Du Heater 10. Egal welche Heater 10. Scheiße. Das ist angeblich Pupsiger. Heater 10. Oh. Okay, dann... Versuche ich mal mein Glück. Dann, Serato Saus mit der Modifikation. Aggressives Verhalten. Boah, das Klinge wird schon richtig krank, ey. Alter, ey. Serato... Aggressives Verhalten. Halleluja. Ich freue mich. Ich freue mich nicht. Ich freue mich. Einen Pachy... Blablbl... Mit 47 Belastbarkeit. Wer sind eh schon wieder? Pachy- irgendwas. Den habe ich noch nicht, oder? Okay, dann machen wir das ganz einfach, dann werde ich hier einfach frei lassen, kurz.